Die Nummer 180. Nachdem gestern ja ein Korkenzieher dran war, habe ich mich heute mal für ein Handquirl entschieden. Dieses Gerät hier, sehr praktisch, um es mal nebenbei zu erwähnen, wirklich praktisches Küchengerät. Funktioniert wunderbar, benutze ich bestimmt seit 20 Jahren, ganz hervorragend. So, soweit mein Tipp für die Kochschule. Die Zeichnung ist so entstanden, dass die Grundidee war, ich zeichne das so wie ich es sehe. Also ich zeichne es jetzt nicht in Anführungsstrichen richtig, sondern so wie ich es sehe. Vom Auge ins Gehirn in die Hand. Zack, hingucken und so mache ich das. Das war die Grundidee dabei. Also die quasi die meine Wahrheit zu zeigen und nicht irgendwas, was man weiß.